So meine Freunde und damit herzlich willkommen ziehen uns die kalten Köpfe an und schauen uns sofort den Schappen und gucken ob das heute alles besser liegt als gestern. Okay Schattentraining finde ich an sich einen coolen Tanz, aber was soll denn diese total schwule Tritt am Anfang? Wir tritten so mit der Seite. Das geht aber weh, heute gibt es wirklich wenig. Das ist was? Alter! Hallo Shop, wo ist der Text? Na gut, ähm, ja, eine Minute Video. Na gut, wieder große Worte raus. Ciao, ciao.